Eine Website optimieren und verbessern. Nichts ist beständiger als der Wandel. Ich weiß eine Floskel. Heutzutage ist eine Website kein statisches Element mehr, das über Jahre Bestand hält und das man nicht ändern, optimieren oder pflegen sollte. Ganz im Gegenteil. Die Website sollte kontinuierlich optimiert und verbessert werden und auf welche Aspekte es dabei ankommt, was besonders wichtig ist und worauf du achten solltest, genau darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und ich helfe seit vielen Jahren Menschen dabei, eine erfolgreiche und vor allem eine professionelle Website zu erstellen. In diesem Video lernst du ganz konkret folgende sechs Dinge. Ich zeige dir, wie du deine Website nachhaltig optimieren kannst. Ich zeige dir, worauf es wirklich ankommt, welche Dinge wirklich entscheidend und wichtig sind, was wichtige Website-Elemente sind, denn diese fehlen oftmals bei den meisten Websites, welche Aspekte vor allem für Google wichtig sind, welche Aspekte für deinen Besucher wichtig sind und du bekommst Tipps und Empfehlungen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich und beginnen mit dem Inhalt. Wie du deine Website optimieren kannst. Du solltest das Schritt für Schritt machen. Ein Fehler wäre es, wenn du sagst, okay, die Website muss von Anfang an perfekt sein und du änderst sie dann nicht wieder. Mach das kontinuierlich und mache dir Gedanken, was ist für deinen Besucher wichtig, was ist für Google wichtig, was sind die Ziele deiner Website. Starten wir damit, was ist für Google wichtig. Für Google ist es wichtig, dass du qualitativ hochwertige Inhalte anbietest. Sprich, dass du deinem Besucher bestmögliche Inhalte lieferst, dass du seine Fragen beantwortest, sein Problem löst. Zusammengefasst, dass er auf deiner Website genau das findet, wonach er sucht. Dementsprechend ist es wichtig, dass du deinen Besucher, deinen Kunden kennst, dass du weißt, welche Bedürfnisse er hat, welche Fragen er hat. Und dementsprechend kannst du die Website optimieren. Für Google ist es wichtig, dass du tolle Inhalte lieferst und du solltest dich jetzt darauf konzentrieren, dass du auf deinen Besucher eingehst. Hinterfrage einmal, was ist für deine Kunden wichtig, welche Informationen benötigen sie, nach welchen Informationen suchen sie, wenn sie deine Website besuchen. Und dann gebühne ich ihnen diese Informationen. Das musst du natürlich selbst herausfinden, aber genau darum geht es und so kannst du deine Website optimieren. An deiner Stelle würde ich mir zusätzlich die Frage stellen, was ist das Ziel deiner Website? Möchtest du mit deiner Website deine Kunden vorqualifizieren und informieren? Möchtest du dadurch den Support minimieren, weil du Fragen auf der Website beantwortest? Oder möchtest du aktiv über deine Website Kunden gewinnen? Das ist eine ganz entscheidende Frage, denn je nachdem, was das Ziel deiner Website ist, musst du die Website vielleicht anders gestalten. Wenn du möchtest, dass sich aufgrund deiner Website die Personen bei dir melden und dich anrufen, dann solltest du die Telefonnummer sehr prägnant auf der Website darstellen. Wenn du möchtest, dass sie dich per Kontaktformular kontaktieren, solltest du das darauf ausrichten. Also ganz wichtig, definiere ein Ziel für deine Website. Worauf kommt es wirklich an? Und ich denke, das ist jetzt der spannendste und interessanteste Teil des Ganzen. Allen vorweg die Ladezeit. Es muss schnell gehen. Du kennst es sicherlich von dir selbst. Du besuchst eine Website und diese dauert und dauert und dauert, bis sie geladen ist. Was machst du? Du klickst auf den Zurück-Button, weil du die Geduld nicht hast, weil du die Nerven nicht hast, weil es dich im schlimmsten Fall sogar langweilt. Je schneller deine Website ist, umso besser ist das. Zum einen ist das ein Ranking-Faktor bei Google und zum anderen reduzierst du dadurch die Absprungrate. Das heißt, weniger Personen klicken auf den Zurück-Button, sprich viel mehr Personen sehen deine Inhalte, beschäftigen sich mit deinem Angebot und werden bei dir Kunde. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Übersicht. Dein Benutzer braucht Klarheit. Es gibt zu viele Websites, die unübersichtlich sind. Wo man nicht sofort findet, wonach man sucht. Wo das Menü und die Navigation unübersichtlich ist. Und das ist schlecht. Da sprechen wir von der sogenannten Usability, also der Bedienbarkeit der Website. Je einfacher, je übersichtlicher und je eindeutiger die einzelnen Elemente sind, umso besser ist das. Überprüfe also mal deine Website, ob sie wirklich einfach zu bedienen ist. Und dazu ein kleiner Tipp. Du selbst kennst deine Website wahrscheinlich in- und auswendig. Daher bist du nicht der Gradmesser dafür, weil du sofort weißt, wo du was findest. Der Gradmesser ist eine Person, die deine Website noch nicht kennt. Frage also mal gezielt, Kunden, Freunde, Geschäftspartner, die deine Website nicht oder noch nicht so gut kennen, ob sie einmal einen Blick auf die Website werfen könnten. Und frage sie dann, war die Seite übersichtlich, war der erste Eindruck gut und vor allem, wie lange hat es gedauert, bis du das Gewünschte gefunden hast. Wie viele Menüpunkte musstest du durchklicken. Das sind ganz interessante Informationen für dich. Punkt Nummer 3, der Inhalt. Mehrwert ist das A und O. Die Website kann noch so schön sein, noch so schnell sein, noch so gut strukturiert sein, wenn der Inhalt schlecht ist. Natürlich ist der Inhalt nicht von heute auf morgen perfekt. Darum geht es auch gar nicht. Viel wichtiger ist es, dass du deine Inhalte Schritt für Schritt aktualisierst. Beispielsweise, wenn du eine Kundenanfrage bekommst zu einem bestimmten Thema, schreib dir das auf, merke dir das und überlege, ob du diese Information an einer geeigneten Stelle auf deiner Website darstellst. So bekommst du immer wieder neues Futter für neue Inhalte und verbesserst deine Webseite. Punkt Nummer 4, darüber haben wir in der letzten Folie schon gesprochen, ist das Ziel. Dein Besucher muss eine Lösung finden. Wenn es darum geht, dass er dich anrufen soll, dann braucht er die Telefonnummer. Wenn es um ein Kontaktformular geht, musst du das Kontaktformular einbinden. Und zwar immer so, dass der Besucher es schnell findet. Wenn es ein Online-Shop ist, dann solltest du den Kauf möglichst einfach gestalten. Das heißt, ohne viel Hürden. Je weniger Klicks der Kunde oder der Besucher für etwas braucht, umso besser ist das. Sehen wir uns nun wichtige Website-Elemente an. Als erstes die Startseite. Oftmals wird man ja schön und freundlich begrüßt. Herzlich willkommen auf dieser Website. Nun, das interessiert heute leider keinen mehr. Ich möchte sofort wissen, was ist für mich auf dieser Website drinnen. Kann mir diese Website helfen, mein Problem zu lösen oder meine Frage zu beantworten? Verschenke nicht die Zeit mit einem herzlich willkommen, sondern generiere die Aufmerksamkeit, indem du deinem Besucher sofort sagst, was er hier bekommt, was du anbietest. Die Navigation, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Menü und Verlinkungen, das sollte absolut logisch, einfach verständlich sein, sodass dein Besucher super easy, ganz schnell die gewünschten Informationen findet. Rezensionen und Kundenstimmen. Du kennst das aus Amazon. Du vergleichst zwei Produkte und beide Produkte haben den gleichen Preis, die gleichen Produktmerkmale und du kannst dich nicht entscheiden. Was machst du dann? Du siehst dir die Rezensionen an und entscheidest vielleicht sogar aufgrund der Rezensionen, welches Produkt du auswählst. Die Kundenrezensionen sind also ein entscheidender Faktor, ob man sich für dich oder für jemand anders entscheidet. Sammle also aktiv Rezensionen und Kundenstimmen von glücklichen und zufriedenen Kunden und binde diese, wenn du das darfst, auf der Website ein. Ganz interessant ist auch eine über mich oder entsprechend eine über uns Seite. Damit kannst du das Vertrauen gewinnen. Auf der ganzen Website geht es grundsätzlich um den Besucher, nicht um dich. Auf der über mich oder über uns Seite geht es aber um dich und um deine Firma. Dort kannst du die Geschichte erzählen, wie es zu dieser Firma, wie es zu dieser Lösung gekommen ist. Kannst etwas über dich schreiben und somit hat der Besucher einen Einblick, mit welcher Person er es denn zu tun hat. Denn man kauft immer von Menschen und nicht nur das Produkt selbst. Strukturen, Formatierungen, Bilder und Videos, das fasse ich jetzt zusammen. Sorge auf deiner Website dafür, dass es schön aussieht. Eine Website ist kein Buch, eine Website sollte schön strukturiert sein, mit schönen Formatierungen und entsprechend auch Bilder und Videos enthalten, damit das Ganze schön aufbereitet aussieht und du möglichst viel Mehrwert liefern kannst. Das waren jetzt einige Tipps und jetzt möchte ich dir meine Online-Akademie empfehlen. Daran gibt es genau diese Tipps noch viel detaillierter. Ich habe hier hunderte Lernvideos zu vielen einzelnen Themen, wo ich dir alle wichtigen Website-Elemente ganz genau erkläre, wo es darum geht, wie du Besucher und Traffic auf deine Website bekommst, wie du Suchmaschinenoptimierung betreibst, wie du Online-Marketing betreibst und vor allem, wie du bestimmte Dinge automatisierst. Ich habe dazu ein Webinar aufgesetzt, in dem du dir das Ganze einmal ansehen kannst, in dem ich dir noch weitere wertvolle Tipps gebe und das findest du auf meiner Website oliverpfeil.de slash Webinar. Such dir einen Termin aus, melde dich an und seh dir das einfach einmal an. Ich hoffe, dir haben diese Tipps geholfen. Ich hoffe, dir haben diese Tipps gefallen. Wenn ja, bitte ich dich darum, gib diesem Video einen Daumen nach oben und wenn du zukünftig mehr solche Videos haben möchtest, klicke auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke, dann wirst du bei neuen Videos, die auf diesem Kanal erscheinen, entsprechend informiert. Also, bitte gib diesem Video einen Daumen nach oben, damit würdest du mir einen Gefallen tun und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Optimieren und Verbessern deiner Website. Bis zum nächsten Mal.